ok haben wir das erste mal erledigt das war eine satte bruchlandung wortes das war wirklich eine satte bruchlandung so kann man hier irgendwas aufsammeln liebe leute wahrscheinlich hier oder da oder dort oder woanders wir gibt es nicht zu sammeln warum nicht ich brauche was zum sammeln ich habe keine munition nur 40 stück das ist ja nicht die welt könnte sagen was er wollte das ist nicht die welt keiner gibt mir munition das finde ich irgendwie nicht schön das finde ich echt nicht schön warum kann ich diese granaten nicht aufheben warum kann ich die nicht aufheben da ist auch nichts marines gibt es bei euch irgendetwas schauen wir mal das sind die bösen ok ja da kann man schon ein bisschen was so war denn mal tauschen sie gegen was immer denn nimm mal 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 das hier oder habe ich bloß da habe ich bloß zwei raketen das ist nicht die welt und das scharfschützengewehr was ist denn das für blöde munition die ich nirgendwo gebrauchen kann dann nehme ich doch lieber wieder mal quäle dann nehme ich doch lieber mal quäle ok wo sind wir denn jetzt steigen wir mal ein wo sind da fahrer seite hier sagen wir ein leute auf geht's ja was ist jetzt mit ihr möchtest einsteigen oder nicht das alles von euch da läuft da noch eine rum komm magst du wachst du einsteigen aber bleibst du hier magst du einsteigen nicht wird schon halt nicht mein gott und bleibt hier so schauen wir erst einmal ein bisserl was es hier so neues gibt da gibt es vieles neues stimmt was zum peufel was nicht so was gibt es hier neues und runterfahren oder runterfallen was machen wir denn so war denn mal es ist wieder so eine sache wenn ich jetzt hier runter fahr dann komme ich hier nicht mehr hoch ja ist gut steigt es lieber ein dieses gescheiter ja ich sage ja auch auf dem blöden eis dem blöden eis lässt sich sehr schlecht fragen musik muss ich sagen ich verstehe auf damit ich dich noch mal umlegen ja warum ist schon erledigt denn das raumschiff also gut dann können wir da aussteigen und können jetzt in den großen banzer einsteigen hier werden sie fahrer okay ich werde fahrer mit der bewegung steuern sie die beschleunigung steuern mit der kamera steuern wie sie auch gott doch gott doch gott okay alles gut weil es gut rein 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 schwein zuerst einmal mal weniger übungs fahrt machen erst einmal eine übungs fahrt machen also du willst nicht einsteigen ja es ist ja ist ja gut dann geh halt nicht in die fahrt richtung ich habe sie ich sehe sie oha wo ich jetzt mein eigenes auto abgeschossen lustig 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 so warte mal lass mich mal was ausprobieren so warte mal was ausprobieren so warte mal was ausprobieren so warte mal was ist das so angeblich naja ok alles klar ok aussteigen und an munition einsammeln nicht alle mann nur die die munition brauchen das ist für eine mittel wie viel schuss hätte ich denn da naja das ist das schmarrn bleiben wir bei uns am sturmgewehr da müssen wir was wir haben ok einsteigen ok schauen wir mal wie es weitergeht nicht also das sind meine marines und ihr einsteigen oje 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 so immer weiter so da ist nur einer also du bist der 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 wo ihn einzeln alleine rumrennen ja gut ok wenn dir das spaß macht heiligst leckle über dem zeug gibt es nur noch aber nicht weit weit geschossen am tunneleingang stehen panzer der allianz zur verteidigung aber recht warum treffe ich den so schlecht ich habe sie noch nicht genug genau bräuchte wahrscheinlich ein bisserl irgendwas was mir gut tut stimmt den hat man auch weggesammelt wie geht es weiter ok irgendeiner hat doch noch geschossen oder da oben ist das alles was du drauf hast jeder schuss zählt guter schuss das ist natürlich jetzt nicht gut könnte ich mal sorgen wir haben doch ein ach so wir kommen ja da anscheinend nicht mehr zurück weil wir hätten ja noch einmal erste hilfe satz wenn wir hier noch mal zurückfahren aber ich glaube wir kommen ja da nicht mehr hoch ach ne passt schon dann schauen wir mal ob uns das was hilft wenn ich jetzt den ersten hilfe satz nehmen und dann noch einmal gucken ob wir munition einsammeln können anscheinend nicht schade 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 wo bin ich denn mehr steig halt ein nein nicht unser auto musst du dich kaputt machen nein 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 wo heute wieder einsteigen ok kommt kommt steigt ein schade 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 wo naja du hattest du hattest bis dahinten nochmals auch vernichtet ne ok ok geht doch es geht doch wer sagt sind langsam ernährt sich das eichhörnchen komm ich wieder irgendwie rauf ne rauf kommen nicht ne ok dann fahren wir halt runter ach so muss man mal aussteigen wo ist denn die bedienung na nicht raus das war erst einmal das tor auf einsteigen weiter geht's da ist ja schon wieder haufen zeug los ach komm das war zu hoch war zu hoch ach ja ok noch einer naja das kann vorkommen ja sag ich sie mind ja endlich ja 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 echt ja ich ja ich das ist Okay. Wollen wir da noch irgendwas rumlaufen? Okay. So, das ist jetzt die Frage. Lass mich mal schnell... Was? Lass mich mal gucken. Ah, über die Brücke. Okay. Was? Ach so, da ist noch so ein Gnom. Okay. Ja, glaube ich auch. Da müsste vielleicht auf der anderen Seite auch dasselbe Instrument stehen. Schauen wir mal. Falls wir das nicht schon in die Luft gesprengt hatten. Da war es zu sehen. Okay. Also gut. Dann geht es weiter über die Brücke, habe ich gesagt. Und dann da... Äh... Gibt es so ein Bedienfeld. Ah ja, okay. Mal aussteigen. Mal die Türe aufmachen. So, einsteigen. Los, Kumpels. Aller einsteigen. Wer zu spät kommt, der Ortbech kommt. So, warte mal. Wie geht es denn jetzt weiter? Äh... Und dann langer Gang nach unten. Geht nach oben. Neue Fernde außen. Oh je, 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 je. Und besonders schnell ist der Tank nicht, ne? Aber... Naja, gut. Wieso ist denn der jetzt tot? Der Depp. Die haben sich dampf verschützt. Gute Show. Ich hab ihn zuerst gesehen. So, warte mal. Ich muss ja mal aussteigen. Weil wenn da ein Putter Marine ist, der hat bestimmt... Munition für mich, oder? Warum der gestorben ist, weiß ich auch nicht. Der hat sich halt auch gestellt. Auch gestellt, wir sah. Gibt es da irgendwas zum Einsammeln für uns? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also steigen wir wieder ein. Einsteigen. Zack, zack. Okay. Seid ihr alle da? Hurra. Nein, 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 nein. Komm, steig halt ein. Da fehlt ja noch einer hier vorne. Ne, zwei fehlen. Wieso steigst du nicht ein? Naja, gut dann. Dann geht es halt mit weniger weiter. Warum schieße ich jetzt so in den Boden? Und ich depp. Ja, zweimal Schrott gemacht. Blechbüchsen. Die Blechbüchsen. Das war ja kurz davor, ne? Was war jetzt das? Hölle? Äh. Besteh ich jetzt die Gans? Also verstehen tue ich das jetzt nicht, warum ich jetzt gestorben bin. Das weiß ich jetzt wirklich nicht, aber gut. Irgendwo wäre ich ein Fehler gemacht haben. Machen wir mal das hier, das Fußfall machen wir erst einmal hier so, ne? Da ist es nicht. Das weiß ich nicht. Ach, das weiß ich. Untertitelung des ZDF, 2020